Ja War das... Das war doch noch nie was neues beim Mario Kart 64 Oder? Doch Nein Ja, wenn es deinen Gong zu steht, ich weiß Aber sonst Schade vorbei Es ist schön, wenn ich Öschi gefunden würde Naja Gibst du dir den so lange jetzt auf bis dahinten? Oder was? Nee Nee Wieso nicht Der hat voll nicht seine Arsch Guckt euch mal den Saftsack da vorne an Guckt euch mal den Saftsack da vorne an Ach ja Ach ja Saftsack habe ich geklappt noch an den berg zu lenken dicke vor der wäden und wieder blitz bestimmt ja was denn des wortes dämlicher abseher hau abtaut wo kommst du denn mit einer her diese hässige pilzplage ja ja fahr doch mal direkt rein ja ich hasse es du setzt pilz an und hier aber finde ich trotzdem da vorne hau ab aber wie schnell die sich immer auftappen wenn ich ja 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 dazwischen gefahren hallo ja 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 warum hätte gemeckert dass ich zwölf punkte habe ich habe nur gesagt ja mehr habe ich nicht gesagt pizza wie zimmer mir ist hier richtig denn 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 wie viele punkte haben es eigentlich da unten 0 stimmt ja naja jetzt lass ich dich gewinnen mhm, klar, du und mich gewinnen lassen ja und ich werde Zweiter ja ja warum nicht, ist doch gerecht ich lass dich gewinnen und ich werde Zweiter ich mach nix, ich bleib nur auf dem Zweiten minha mhm, minha ja mal ehrlich, die überholen einem viel zu schnell ja, immer viel zu schnell Boi, die Zecke besonders der Spacko da vorne Was soll ich denn sagen? Ich habe alle hinter mir. Ja, du bist aber erster. Na, ram mich, du Idiot. Geh weg, geh weg, ihr. Du hast schon wieder nichts bekommen. Was soll denn der Scheiß? Oh, ist der dämlich. Das ist ein E-Ens gewesen, eben. Ich war doch eh in dem Ding drinnen. Ja? Ja, ich konnte eh nicht weg. Der Zug hätte mich eh getroffen. Natürlich hast du ihn auch so eingesetzt, den Blitz. Was? Hörst du was? Ja, klar. Dass ich direkt in den anderen Arsch reingefangen bin. Ja und? Nicht ja und? Hatte ich vorher auch, beim ersten Ding. Oh. Oh. Jetzt habe ich mal ja nie was bekommen. Fick dich, Mario. Ja, genau, den Cheetah-Pilz. Den Cheetah-Pilz? Ja. Klar ist das ein Cheetah-Pilz. Oh, da war gerade ein Leck. Aber ein ganz schöner Leck. Aber noch ein Zaunspack, glaube ich. Leck mit ein bisschen Scham dazu. Wie ist denn der? Ach, Yoshi ist der erste. Och, tot, ey. Ach, Mario war direkt hinter mir. Habe ich gar nicht mitbekommen. Oder hat sich den abgeknallt erwähnt? Oh, hi Mario. Wo ist der denn? Ziemlich weit vorne. Ja. Aber irgendwann habe ich ihn noch getroffen. Und der macht das sehr weg. Schau. Ich muss so lange gewartet, bis ich sie weggeschossen habe. Naja, ich habe noch auf ein Item gewartet. Da warte ich immer drauf. Aha. Damit ich mich zur Not noch schützen kann. Aber die sind, glaube ich, weg. Ne, ich glaube, die kommen gleich noch. Da sind sie. Ja! Ist klar! Schießt mich doch mal direkt über die Fragezeichenblöcke. Hätte ich nicht noch was bekommen können vorher? Oder wenn Yoshi erst mal überholen, dass die den Ding treffen? Der fluchte Scheiß ist alles seine Schuld. Was soll ich denn sagen? Ich sage ja alles seine Schuld. Ahaha. Oh, da sind Bananen. Ah, aber jetzt habe ich keinen Sound auf der linken Seite. Weil du, glaube ich, L1 gedrückt hast. Oder die linke obere Hälfte. Da hast du keinen Sound. Nein. Gut gar nichts. Ja. Ja. Oh, die geht kaputt. Wo ist denn Yoshi? Hallo? Jetzt muss er schießen. Der ist im Ziel. Ja, ich schaffe ihn aber nicht, hineinzuhören. Ja, direkt in das Teil rein, oder wie? Würdest du mich verarschen, du Sack? Oh, du fliegst rein. Ich will nicht wissen, wie viele da jetzt kommen. Oh, wei. Alter, fünf Dinger kamen da an. Meine Güte. Da waren sechs Dinger hintereinander. Also, sechs Schildkröten. Oh, die Schildkröten aufrücken. Keine Ahnung, vier oder so? Vier oder drei? Bist du erster? Drei, bist du 24. Wir sind beide erster. Okay. Kann sein, dass du erster bist, weil du zweimal gewonnen hast. Also zweimal erster erster. Kann sein, ja. Na? Nee, du bist erster. Zipp ich mal. Du bist erster, was soll denn der Scheiß? Ja. Ach, ist doch egal. Hast doch gleich viele Punkte. Ist doch egal. Das auch mit auf den ersten. Was soll denn der Scheiß? Komisches System, ehrlich. Alphabetisch. Ja, alphabetisch. D für Donkey Kong oder L für Luigi. Luigi. War doch relativ einfacher, ne? Ja. Aber es ist der erste Cup gewesen. Hat der, hat der bei dir auch so einen Mittelstreifen in der Mitte? Ja. Oder einmal rechts dunkler war es? Oder einmal links heller? Ein geteilter Asche. Ja. Na gut, Leute. Aber damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Mario Kart 64 mit dem Flash. Mit Cento! Oh, oh. Wahoo. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.